Warnung! Dieses Projekt wird ein TOGETHER Projekt mit DEX Gaming LP. Ansehen auf eigene Gefahr. So, jetzt muss ich mit der Upgrade... Wahrscheinlich kommst du her und fixst mich, oder? Scheiß dämlicher Feuer, Psycho. 1, 2, 1, jetzt! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play For the Dance! Mit dabei wieder Blacky, together! Oh ja! Und wir müssen bereits gleich... Und ja, Blacky verschnitt einfach mal die... ...Gegner, ich snick mir einfach mal alles. Könntest du bitte nicht die Gegner zerstören? Ich snick mir auch gerade die Waffen von uns, gell? Ja, jetzt kann ich auch den Knack wieder mal halten! Danke, dass du vielleicht auch irgendwann mal dran denkst. Zuerst mit meinen Gegnersnacken, dann die ganzen Sachen snacken, die ich irgendwie... Es werden hier nur explosiv Annäherungsminimum schaden 50. Ja, eh nur, ne? Und ne Schroggart 40x9. Alles klar. Ja... So... Rede ich nicht richtig? Nein, rede ich nicht richtig. Da ich jetzt gerne mal S&G weiter mehr nutzen möchte... ...krustig mal eine 90er S&G aus Janschloch gefunden. Dann wo ich noch... ...dann schon die... ...S&G... ...habe ich... ...habe ich... ...habe ich... ...habe ich... ...habe ich... ...habe ich dir meine Pistole gegeben? Nein, du hast mir nicht zählen. ... ...ah, da hat er die Pistole... ...ah, da rüsste ich die Pistole... ...S&G... ...Riser... ...und... ...schaut die aus? ...so ach, so stimmt, die geht doch noch mal auf den Kisten, oder? Ja... Kein Plan... ...ich hol grad die... ...Gackfleisch in Dosen. Ah, ja, genau. Da ist die... ...Nimm sie! What the fuck? Na so, das ist die Mission... ...ach, ja... ...ist ne Dreikwürstpiste, die ich grad hier habe... ...die bei dir zufangen werden. Ja... Hi... �도... ���da, tat... Das anfangs damals... Schkalbe University... Rupeeport... fertility Пока... ...ohhh... Nachfolger... Nachfolger... ...seht hier... Danke... ...und es nicht... ...und plates S... S G 2 Schade Lauf ich überhaupt richtig Ja ich rede wieder Falsche Denk ich komme gleich Joos Marco.com Falschaden ich hab gerade 448 schön falsch halten das wäre verstehe ich nicht irgendwo hinter mir einer? Wer kriegt den noch da? Nein, kriegt den nicht, ich gehe da Ah, das ist die Mission Hallo Ja Also nur, das ist so eine Das nennt sich SMG Danke Leute Ja Denkt sich, meine auch So ein Einzelschuss ist SMG Ja Ja, hab ich auch mit 92 Schaden Kampenwitziger Ich sage das Kabinett da, wo ich weiß Ja, aber vielleicht wird er nicht schlafen Gut, dass sie so viel Schaden macht Man, ich würde das schon gelesen Ich will das schon gelesen Nee, es gibt mir die Piste, wo ich jetzt glaube ich mal mehr mit dem ist Dann kriege ich nicht mehr der Raid Juwil sonst Das ist Äh Erst mal wieder einen Nachnamen Nä, ich hab was nie wieder gefunden Hmhhhh die und die Schuhe sie sie sich schaub ich ich weist ein Luder die Mauter kein Leben mehr die kann der noch leben bitte da hat 0 HP ein Angelegen steht an den Stieg so sein wo sie uns schon gestorben ist ich mir auch Was machen wir? Warum rebt die Kinder dauernd weg von mir? Wir können so am Geld verlieren, weil wir diese Scheiß gegnern nicht anbauen und killen. Ja, naja, dann mal gut, ich hatte es geschafft, dann würde ich mir halt noch was. Wie viel Money würde ich noch verdienen? Äh, also, echt, du, ich werde das Brot. Ich renne erst mal zurück. Ich würde mir erst mal eine Aufbesserung und dann... Die Granaten, die 50er Transfusionsgranaten. So, Schocker nachladen. Wo ist denn das? Jeep nachladen. Lass meine Pistole nachladen. Ja, denke ich bin gleich wieder da, ne? Ja. Ja, das ist nicht anders. Ja, das ist nicht anders. 100 D-Klasse. Danke. Level Up, sehr schön. Der hat... Der hat... ...1,1. Ach, ok, dann muss ich halt... Ähm... Uh, 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 baute sie. Das ist nicht anders. Ich weiß gar nicht, dass die Waffe runtergefallen. Das ist ja nun weiß so, kass. Gut, dann bin ich hier, äh, Speichenteck. Schocker, Revolver, Repeat, Pistol, Rocket, René, Combat Rifle. Danke! Okay. Danke. Deshalb wollen wir 2000, habe ich nicht noch mit Money und den Rest kann natürlich wieder später verkaufen, in die Schrocken wofür. Da hast du noch eine Skizlose. Äh, ja, ich hab' ne Wohler. Ich hab' ne Wohler knack'n. Okay, das haben wir. Ne, wie auch keine Wäden. Du bist wirklich nicht mehr. die ich 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 mit dem das so weit weg erinnert erinnert mal ein Kostner mit dem Jahr nicht mehr treffen ja die SfG SfG Pistole ja wie ich jetzt nur 12.000 verloren insgesamt ich bin doch da das ist doch alles gut da entsteht wieder nicht echt dann Schockschaden von mir nicht Korrosionsschaden sondern Schockschaden mit der Pistole ich nur erinnere dich du scheiß Schläger rennst jetzt auch nicht weg oder das ist jetzt nicht dein Ernst jetzt rennt sogar der Schläger weg von mir Alter es rennt einfach alles weg von mir das hab ich noch nie erlebt ich schieße einfach irgendwo denn ich sehe ja nichts ich verschieße sicherlich meine Munition ins nichts und der Gegner schon wieder gefrost damit ist normalerweise nicht erst mal alles nachladen das bei der Feuerhälfte nachladen so und jetzt komme ich mit der Schockschade er und die 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 bei Prozent bis auf den könnte theoretisch das müsste sich ja nochmal anvisieren ja, Munition braucht schon wohl nicht tschüss knallhatter Schläger ja, jag dich selbst in die Luft, oh Scheißwil und die anderen beiden rennen wieder weg nein, versuch was gewesen versuch es wert ich seh' du wieder nicht ich seh' schon wieder alles zu schwarz ist wahrscheinlich könnte das zu schwarz alter das ist ja das ist ja das ist ja ich frage die die wo auch 1 kann sein ich bin ich voll wenn ich mit Klappdruck von mir reden möchte Lecky Ah ja Lecky, ich bin voll, also gib ich bin nicht voll, dass du mit Klappdruck Versuch mal mit ihm zu reden Habe ich Genau, down Oh mein Gehter Na und? Dann behalte ihn dir auf und lass ihn nicht mich gehen Jetzt kann ich mit ihm reden, wahrscheinlich Ne, ich hab mit ihm geredet Das Teil war doch da hinten irgendwo, oder? Ich glaub hier irgendwo war das Teil Na Wahrscheinlich triffst du mich hier irgendwo, oder? Mhm Kannst du mal bitte dein AIMBOD ausschalten, Digga? Nein, bitte anlassen Mhm Gut Ja genau, ich falle hier runter Ach, heute geht mein Facebook echt schneller als gestern Alles klar Alles klar Ah, das ist ein bisschen Mutation Ja, das ist ja auch so eine Karte, kannst du ja auch nehmen Sehr gut, der strott von mir aus So, da ist auch ein bisschen Jo, ich bekomme einfach mal eine lila, und mach das Gegner mit Flot Oh, wahrscheinlich Oh, wahrscheinlich Uh, der 92er SMFG Mit 9 Die Nachladegeschwindigkeit ist so immer Willst du sie ab? Ich bleib, ich bleib bei meiner SMG Die lädt sehr schnell nach, ne? Ja, das macht meiner Also die lädt sehr schnell nach, ne? Also die lädt zu 200, ne? Also die lädt zu 200, ne? Heiß ja Ja, deswegen sag ich ja nicht, sie hat ja noch einen Ja, mal gucken, vielleicht Ja, mal gucken vielleicht Ich gucke mal kurz hinter dich Ich gucke mal kurz hinter dich Ich gucke mal kurz hinter dich Ich gucke die erste trocken hier Ich trocke sie hier jetzt Ich drocke sie hier jetzt Sie ist lila So, mal gegen meine austauschen scherz es gibt es noch Ja. Und? Hier geht nicht um. Ist auch so ein bisschen hart, oder? Ja. Nein, hier geht nicht um. Kannste machen was du willst. Er geht nicht down. Jetzt geht er down. Ich bin Level 8. Äh, was machen wir mal? Abblickzeit von Köln Main. Wir wollen natürlich verringern den Facewalk um 3 Sekunden. Die Abblickzeit. Mein Facewalk ist instant wieder da. Ja. 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 Ich bin so ein bisschen verwendet. Das ist, was meine額? Jo, was willst du? Ja. Ja. zuschärven auch. Theoretisch. Noch nicht. Du hast letztes Kackfleisch und du wusstest? Ja, es gibt schon meine Flüsse. Das ist doch schade. Ich bin wieder jetzt. Nein. Ich bin weg. Ich bin weg. Oh nein. Nimm mal nachschütteln. Äh, ja, falsche Richtung. Oder... Ich... Wir haben jetzt Kackfleisch, lecky. Wer ich weiß. Kämpfen wir nur grad den Weg durch. Wer wüsste mal, dass die Mission aus wie den... Trap-Trap-Kit. Äh, ja, 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 ja. Nein! Digga! Schieß mich. Schieß mich doch nicht. Ach so, ja, man soll ja jetzt mal nicht ein Feuer machen, ne? Das ist ja schon wenig belastend. Ja, das ist ein wenig unnötig. Ja. Keiner. Ich hab nur Feuer und Blitz in der Etage. Wann ich kein Schaden? Ich hab hier wieder standardmäßig mit 37 HP. So gerade noch, aber doch. Ah, da ist... Ja, sehr schön. Nein. Klemmtel, wie ist denn das ausgewählt? Ah, ich werde ja schon hin. Wo ist das? Ist doch nicht da unten, oder? Ah, tisch, guck auf der Karte. Du bist fast nah. Ja, so langsam ist es wärmer. Nein. Nein, nein. Ja, ja, nein, ja, wärmer, wärmer, heiß, heiß, voll glühlt heiß. Nichts ist davor. Nein, das ist über mir. Krieg ich es von mir? Nee. Wir müssen... Äh, wir müssen halt hoch. Dann machen wir das halt. Wo genau ist es? Ah, wahrscheinlich komme ich da nicht hoch, oder? So. Ich werde jetzt einfach mal geskilt geholt. Wahrscheinlich geht das nicht. Schieß es doch ab. Dann fällt es runter. Ja, das fällt dann runter. Ja, voll. Ich merke es. Ach, ich treffe es ja. Was? Wahrscheinlich habe ich es nicht. Ach, jetzt war ich so. Wahrscheinlich geht es nicht aus einem Millimeter nicht aus. Nein. Nein. Nein, es geht. Nein. Haps. Nein. Ja, aber Alex, Siehner, das Vorrennen, da muss ja erstmal eine Kiste looten. Ich habe looten. Ich habe los für die Welt. So, Negi. Was gibt es denn wieder schon zu? Ein neues? ist und sein Tod ich bin das tut sich nicht mit einem Opel überleben Söder ist müsse in der Abbrühe wahrscheinlich kommt der Erfüllung die dem ihr Feuer psychisch durch ich muss noch nicht sehen wurde uns da ungefähr hier ja genau Nein, knallhart auf sie gebaut. Oh ja, viel Spaß, ich seh's gerade. Was machst du, der ist so easy zu killen? Ja, der ist so easy zu killen. So, down. Haben wir so eine Indivision und können wir schon alle abgeben. Ah, ich kann alle abgeben. Ich kann meinen Geschütz noch, na. So, zeigen wir 70-prozentige Chance, dass das geschützt wird. Danke für die Spiegel, scheiß Beiler. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ja. 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 Ich muss jetzt mal vergleichen. Äh, ne, nicht. Ja. Es wäre nett, wenn du reisen würdest. Ich werde gerade von Spielen eingekesselt. Ich weiß nicht, in welcher Ecke ich mich noch verkriechen soll. Ja, die nehme ich auf jeden Fall. Ich lehne noch sehr schneller nach. Gut, ich merke nicht. Die Schotty kann ich verkaufen, die YouTube behalte ich nicht. Die Pistole behalte ich auch nicht. Den Glassenmull kann ich jetzt verkaufen, die Transfusion. Nee, auch Transfusion verkaufe ich und die Annäherungsmull verkaufe ich. Ja, dann rüste ich aber trotzdem mal die exklusiven Lumpro aus. Ja, die macht mehr Schaden. Dann die Annäherungsmull verkaufen und dann reiß ich mal schnell. Ja, dann rüste ich mal. Ich hätte nicht gedacht, dass es heute noch was wird. Wo ist man denn eine Reisestation? Irgendwo gleich neben dem Job. Da ist keine Reisestation. Dann reiß ich irgendwo irgendwo hin, wo müsste ich denn eigentlich hin? Na, guck mal nach. Ja, nach Earth, Grape, nach Roscoe und West. Such dir alles aus. Na, wo geht's hin? Na, wo geht's hin? Nach Bildausfall. Nach Bildausfall. Crazy Earth, Grape, halt. Zu Crazy Earth. Oder wolltest du eine Reifle haben? Ich wollte einfach nur einen Shop haben, damit ich alles verkaufen kann, dass du mir schon wieder einen Schrott gibst. Äh, nee, weil ich jetzt greifen kann ich die Reifle nicht mehr zurückkaufen. Schade. Ne, die macht keinen Tribble-Schaden. Ne, würde ich sehr gerne, aber sie macht keinen Tribble-Schaden. Die verkaufe ich. Die beitimalt jetzt verkaufe ich, das verkaufe ich. Äh, bei dem Metall ist blau, blau. Lila, lila, blau. Grün, lila, blau, lila. Alles klar. Hast du mal zu Eisblatt-Tagessicht? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist Karma, ne? Ja. Klasse. E-rene Quecksilber für einen Power. Hä? Wir müssen reisen? In Scheinem müssen wir reisen. Nee. Du musst einfach die andere Mission ausbilden, damit wir nicht reisen müssen. Ja, dann geh mal zum Öl. Weiß man nicht, wo er da ist. Soll ich gehen? Wo ist? Wundervollegens und Skak ein Kack oder Skak? beides ein Skak, Kack, ein Kack, Skak so und das letzte ist das wahrscheinlich ist dann Alpha Skak auch noch, oder? was, ein was? ein Missgeburtenskak ein Alpha Skak weizt ich bin nur ein Auswachsend, es gab 1, 2, 3, 4, 5 Schüsse mit meiner neuen Rifle ich komme aber klasse hast du eine Mission schon abgegeben? wir müssen jetzt ja in den New Haven ich bin nur nein, Rasko, nee, Rasko, du weißt warte, ich spiel dich besser, oder? ne, ich spiel keinen Besitzer, ich spiel den Soldaten warte mal, da ist eh gleich Rasko, du weißt die ist falsch, oder? ja hättest du jetzt teleportieren mit dem Schnellreiseportal, ne? hättest du ne bessere Sicherheitszone als jetzt dann? und wir werden direkt bei einer Autostation ja, gut hättest du was so, das müssen jetzt so tatses, wo das tatses Prozent Prozent Axt der Welt so viel Spaß was ja nicht viel Spaß du bist auch noch rein rein gibt es nicht nur ein paar in der Hülle Prozent 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 nicht sehen wenn sich mein Geld nicht komplett aufhängen würde ne ich will es nicht 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 das kommt jetzt die krebs klar rechts Blitz Blitz Joooo Die schackenste Stunts ever Wieder am Start Ich komm mal das jetzt Wir sind da bei 30 Minuten Ja und Was ist da bei 30 Minuten? Da ist eine halbe Stunde um Ja und was passiert da? Da passiert gar nichts Doch Jetzt ist wieder Zeit Du musst Hier sind am Ende Jetzt ist wieder Zeit was ja was du willst war ja Untertitelung des ZDF, 2020